Herzlich willkommen zum Wochenausblick und zum kleinen Fazit über die Wall Street von der Vorwoche mit der WA Self-Invest und Pit4Finanzen. Bist du super informiert und da gibt es einiges zu besprechen, unter anderem auch ein paar neue Jahreshochs und vielleicht noch neue Jahreshochs. Bis nach dem Intro. Da sind wir auch beide. Guten Morgen Roland. Hallo Andreas, schönen guten Morgen. Ja, wir haben ja in der letzten Woche einige neue Rekorde gesehen, insbesondere im Nestec, der ein neues Jahreshoch formiert hat. Im DAX fehlten per Freitagsschlusskurs 35 Pünktchen mal zwischenzeitlich und ja, das gibt so ein bisschen den Bullen nochmal Antrieb weiter durchzustarten, oder? Was denkst du? Ja, es war eine sehr, sehr starke Kursrallye in den letzten Tagen, gerade in den Indizes und ja, da muss man mal schauen, ob der DAX vielleicht dann auch im Kassamarkt das Jahreshoch noch erreicht oder ob die steigenden Ölpreise vielleicht auch so ein kleiner Dämpfer sind. Wir haben den OPEC-Entscheid gesehen über diese Drosselung, das heißt, der Ölpreis ist stark angesprungen. Da muss man schauen, ob das den DAX leicht belasten könnte. Auf jeden Fall steht uns auch wieder eine spannende Woche bevor mit Arbeitsmarktdaten in den USA. Es ist zwar eine verkürzte Handelswoche aufgrund der Osterfeiertage, aber es wird sicherlich auch eine volatile und spannende Woche werden. Da hast du ja schon einige Themen geliefert, die wir auch heute besprechen möchten. Direkt nach dem Risikohinweis geht es los. Genau, nach dem Risikohinweis starten wir auch gleich mit so einem kleinen Wochenüberblick, den ich mitgebracht habe. Hier sieht man, dass die Indizes letztendlich auch die Woche angeführt haben. Alle Indizes im Plus, sowohl die US-amerikanischen als auch die europäischen Indizes. Hier sieht man den DAX wieder mit 4% zugewinnen auf Wochenbasis, auf Jahressicht und damit auch das erste Quartal haben wir sehr, sehr stark abgeschlossen mit mehr als 13% zugewinnen. Der Dow Jones liegt damit mehr oder weniger auf Break-Even aktuell und der Nasdaq natürlich hier wieder mit einem Jahreshoch und auf Jahressicht sehr, sehr stark bisher mit knapp 20% zugewinnen. Der Ölpreis war in der letzten Woche schon sehr, sehr stark mit plus 9% und da kommen jetzt nochmal einige Prozentpunkte hinzu. Durch das Gap, das wir gesehen haben aufgrund dieser News, da kommen wir später im Chart auch noch drauf zu sprechen. Auf Jahressicht, Stand Ende letzter Woche war der Markt noch im Minus, aber da sieht man, wie schnell sich das mit so einer News über das Wochenende dann auch ändern kann. Im Goldpreis hat sich in der letzten Woche nicht viel getan, aber der Bitcoin hat ja auch wieder Zugewinne erreicht und liegt auf Jahressicht jetzt aktuell mehr als 70% im Plus. Und damit gehen wir auch rein in die Charts und starten gerne hier mit dem DAX im Big Picture. Ich habe hier zunächst mal den Future mitgebracht. Da sieht man, im Future haben wir auch neue Jahreshochs markiert und im Kassamarkt stehen wir leicht davor. Wenn man sich hier das CFD mal mit hinzunimmt, dann sieht man, wir sind weiterhin jetzt hier wieder hochgelaufen innerhalb dieser großen Seitwärtsrange, die wir Mitte des letzten Monats mal nach unten verlassen hatten. Und jetzt sind wir quasi wieder knapp unterhalb der Jahreshochs, die wir hier am 7. März ausgebildet haben. Und ja, da muss der Markt schauen, ob er jetzt nach oben ausbricht oder ob er vielleicht zum wiederholten Markt mal hier auch an dieser Kante abprallt. Und dann vielleicht hier zunächst nochmal tiefere Kursniveaus testet innerhalb dieser sehr, sehr großen mehrmonatigen Seitwärtskonsolidierungsrange. Ja, das wäre ein Punkt, der dafür spricht, im Trading nahe an solchen Widerständen sich stort zu positionieren. Der andere, und das haben wir auf der Unterseite ja gesehen, wenn es einmal aus so einer Range rausläuft, dann kann das Ganze sehr dynamisch werden. Und ich glaube, das ist auch der Weg des größeren Schmerzes momentan. Ja, sehe ich auch so. Und ich denke, es gibt auch noch ein paar andere Punkte, die dafür sprechen könnten, dass der Markt auch zumindest mal einen gewissen Rücksetzer zeigen könnte. Wenn man sich hier das erste Quartal anschaut mit dem VWAP des ersten Quartals, dann sieht man, wir starten das neue Quartal deutlich oberhalb hier auch der Value Area des Vorquartals. Und diese Value Area des Vorquartals, des Vormonats, der Vorwoche, wird zu mehr als 95 Prozent der Zeit dann auch getestet. Von daher ein Rücksetzer hier bis in den Bereich von 15.570 hier im Future. Das heißt, das wären mit circa 200, 220 Punkte vom aktuellen Kursniveau aus, könnte man sich durchaus vorstellen. Und da muss man schauen, ob dort wieder Kaufinteresse aufkommt oder ob der Markt noch einen etwas größeren Rücksetzer hier auch hinlegt. Das Ganze zeigt sich auch auf Monatsbasis, wenn wir uns den letzten Monat mal anschauen. Den März hier sieht man, dass dieser sehr, sehr stark hier auch letztendlich geendet ist. Mit dem Ausbruch auf der Oberseite. Aber auch hier diese Marke von circa 15.580 bis 15.600 wäre auf jeden Fall ein logischer Testbereich auf der Unterseite, wo ich fest davon ausgehe, dass diese Marke auch im Verlauf des Monats getestet wird. Man weiß nicht, ob es zu Beginn des Monats oder später erfolgt. Sehr, sehr häufig erlebt man solche Rücksetzer dann auch ziemlich nah zum Monatsbeginn. Ohne jetzt hier zu sagen, dass man hier all in short gehen sollte. Aber wenn man dann auch auf kleineren Zeiteinheiten vielleicht ein Einstiegssignal sieht, dann wäre das auf jeden Fall ein logisches Ziel auf der Unterseite. Hier der Bereich von circa 15.600 im Future. Auf Wochenbasis ein ähnliches Bild. Wir sehen die Woche, die seitwärts gestartet hat in der letzten Woche. Dann kam der Ausbruch und diese dynamische Trendbewegung am Mittwoch, am Donnerstag und am Freitag ohne nennenswerten Rücksetzer. Von daher, es war hier auch schwierig, einen Einstieg im Swing Trading Bereich vielleicht zu finden, wenn man nicht von Anfang an dabei war. In den kleineren Zeiteinheiten findet man immer wieder Gelegenheiten, sich dann auch zu positionieren. Aber hier sieht man nicht mal das Value Area hoch der aktuellen Woche. Wurde hier in der Vorwoche getestet. Von daher, das sieht man auch relativ selten, dass man so eine dynamische Trendbewegung hier hinlegt. Von daher, ja, hier auch der mögliche Rücksetzer, sollten wir nicht das Vorwochenhoch überschreiten. Das wäre dann auch die mögliche Stop-Begrenzung. Auf der Oberseite könnte ich mir auch einen Rücksetzer vorstellen, hier im 60-Minuten-Chart. Wir sind im Bereich von circa 15.680, also circa 100 Punkte vom aktuellen Niveau. Sehe ich hier auch ein Rückschlagspotenzial. Das wären dann auch so in etwa hier die Tiefs vom Freitag, dass wir die im Verlauf der Woche nochmal testen. Das wäre, denke ich, eine logische Korrektur, die wir ja durchaus hier bekommen könnten. Das ist aber dann nur eine minimale Korrektur. Ich meine, wenn wir von den Tiefs aus über 1300 ungefähr oder 1200 Punkte nach oben marschiert sind innerhalb von zwei Wochen, dann mal 100, 200 zurück, ist ja fast vernachlässigbar. Genau, das wäre eine Minikorrektur. Da muss man einfach schauen, wie der Markt dort reagiert, ob dort wieder Kaufinteresse aufkommt oder ob dann, sage ich mal, diese größere Reversion-to-the-Meme-Bewegung folgt, die wir natürlich auch in dieser großen Seitwärts-Range sehen auf Tagesbasis. Dann kann man natürlich hier auf der Unterseite deutlich tiefere Kursziele auch anvisieren. 15.500, dann sind auf einmal mehr als 200 Punkte zusätzlich hier an Potenzial vorhanden oder noch mehr. Aber ich denke, da sollte man immer Schritt für Schritt vorgehen und erstmal das erste logische Ziel auf der Unterseite dann anvisieren oder auch als mögliches Ziel sehen. Und sollte diese Marke gebrochen werden, dann natürlich auch liegen deutlich tiefere Kursziele auf der Unterseite hier parat. Ansonsten, heute hat sich bisher nicht allzu viel getan. Wir haben das Kassagep geschlossen auf der Oberseite und seitdem ist es jetzt eher ein Seitwärtsmarkt, der hier auch Impulse wartet. Ich denke, oberhalb hier auch des Value Area Hochs vom Freitag könnte man wieder Long Trade Richtung Vortageshoch hier anvisieren und dann auch vielleicht Richtung Jahreshoch im DAX, wo ja nicht mehr allzu viel gefehlt hat. Also da ist man mit einer dynamischen Bewegung sehr, sehr schnell angelangt. Ansonsten unterhalb dieser Marke folgt hier vielleicht auch ein etwas größerer Rücksetzer im kleinen Zeitfenster. Und ich denke, dann können wir auch gleich uns die US-Märkte zum Vergleich einmal anschauen. Den Nasdaq, der sehr, sehr stark war und der hier auch ein neues Jahreshoch ausgebildet hat, sowohl im Future als auch im Kassamarkt. Und ja, der scheint sich jetzt hier zu etablieren, oberhalb von 13.000 Punkten und nimmt jetzt vielleicht schon die nächste Rundemarke von 13.500 hier ins Visier. Ja, hier diese Rücksetzer, wenn man mal etwas reinzoomt, bis in den Bereich des Value Area Hochs des aktuellen Jahres. Die wurden immer wieder gekauft in den letzten beiden Wochen. Von daher sieht man immer schön hier auch diese Lunden auf Tagesbasis. Und danach ist der Markt wirklich immer dynamisch nach oben gelaufen und hat dann auch hier neue Hochs entsprechend ausgebildet. Von daher die Stärke in Technologiewerten sieht man ganz, ganz klar. Ja, die Technologiewerte hatten natürlich auch die Bankenkrise, die wir vor drei Wochen, insbesondere vor zwei Wochen, die sehr, sehr stark in den News war, hier nicht tangiert. Von daher ist es logisch, dass die Technologiewerte in den letzten Wochen doch deutlich stärker performt haben als hier auch ein Dow Jones oder auch ein S&P 500. Wenn wir uns den Dow Jones hier zum Vergleich einmal anschauen. Vielleicht noch ein Wort zum Nasdaq, aber du kannst den Dow Jones ja schon mal laden. Der Nasdaq hat trotzdem nicht so stark performt in der letzten Woche wie der DAX, obwohl er neue Jahreshochs gemacht hat, heißt, der DAX ist ein bisschen vorausgelaufen. Ja, der DAX scheint ja auch wieder etwas vorausgelaufen zu sein. Das haben wir eben schon gesehen in der Übersicht. Der DAX mehr als vier Prozent zugewinne, der Nasdaq nur etwas mehr als drei Prozent. Von daher, ja, da sieht man deutlich auch die relative Stärke hier vom DAX, aber auch von anderen europäischen Märkten aktuell. Sei es der AIX, der auch sehr stark performt hat oder auch der französische Kakarant. Also hier sieht man doch schon eine Outperformance von Europa gegenüber den USA in den letzten Wochen. Ja genau, das wollte ich hier nochmal hervorkehren. Und wir hatten ja vor zwei Wochen den Dow Jones und den Nasdaq mal im Zeitablauf gezeigt. Da holt jetzt der Nasdaq deutlich auf, denn der Dow Jones, den du eben einblendest, der ist noch weit von den Jahreshochs weg. Genau, hier sieht man, der ist weit davon entfernt. Der war ja vorletzte Woche hier noch im Bereich der Jahrestiefs anbekommen, hat jetzt so diese Reversion-to-the-Minen-Bewegung hingelegt und ist jetzt eigentlich wieder in dieser großen Seitwärts-Range hier auch angekommen, die wir schon Ende des letzten Jahres und Anfang dieses Jahres hier ausgebildet haben, zwischen circa 33.000 Punkten auf der Unterseite und 34.500 hier im Future auf der Oberseite. Von daher, ja, wir sind in dieser großen Seitwärts-Range und da muss man mal schauen, da könnte es durchaus noch längere Zeit dauern, bis wir da vielleicht wieder ausbrechen. Also aktuell ist weiterhin hier eher Range-Trading angesagt in Dow Jones. Genau, und da war im Grunde genommen die Krux, da können wir nachher nochmal auf Einzelwerte genauer eingehen, dass die Bankenwerte so ein bisschen bremsten. Aber vielleicht kommen ja jetzt auch die Ölwerte ein bisschen mehr mit in den Fokus, denn du hattest in der Einleitung schon gesagt, es gab News seitens der OPEC und die möchte ich auch gerne mit reinbringen. 500.000 Barrel pro Tag sollen hier quasi weniger gefördert werden. Und die erste Reaktion, die ich quasi im Kopf hatte, war, da ist jemand mit dem niedrigen Ölpreis nicht zufrieden. Genau, und hier sieht man wieder dann auch, mir zu diesen News übers Wochenende quasi angesprungen ist, hier mit diesem Aufwärts-Gap von circa 75,8, hier, wo wir am Freitag die Woche abgeschlossen haben, dann deutlich über die 80-Dollar-Marke im Hoch lagen wir heute hier im MyFuture, also im Western Texas Intermediate-Markt schon über 81,6 Dollar. Jetzt scheint der Markt etwas zu korrigieren und sich jetzt im Bereich von 80 Dollar hier zu stabilisieren. Aber das war natürlich ein sehr, sehr großes Gap. Jetzt muss man mal schauen, ob es hier gelingt, dieses ein Stück weit zu schließen. Solch große Gaps sieht man doch eher selten, auch im Ölmarkt, ob das vielleicht zumindest ein Stück weit geschlossen werden kann. Wir sind ja fast im Bereich der Jahreshofs jetzt hier angekommen, die wir im Januar ausgebildet haben, im Bereich von 72 bis 73 Dollar. Die sind jetzt wieder in Reichweite mit diesem dynamischen Gap und in den kleineren Zeiteinheiten, da können wir auch gerne mal kurz reinschauen. Da sieht man das auch hier sehr, sehr schön vom Freitag-Schlusskurs jetzt hier auf die Eröffnung heute Nacht, das größere Gap. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass noch etwas mehr vom Gap versucht wird, zu schließen von den Marktteilnehmern. Ob es ganz geschlossen wird, wage ich zu bezweifeln jetzt hier in einem Zuge. Aber da muss man mal schauen, ob der Markt vielleicht auch über die Zeit jetzt hier korrigiert und dann vielleicht sogar weiter ansteigt. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Niveau, das man hier auch wieder langfristig erreicht hat. Ja, und die Frage ist natürlich, ob wir jetzt so eine starke Reaktion überhaupt als gerechtfertigt ansehen müssen. Ich meine, der Ölpreis hat sich ja auch halbiert seit den Hochs im letzten Jahr. Und ob das jetzt 4, 5 Dollar ganz salopp gesagt mal wieder nach oben geht, das ist ja fast eine normale Marktbewegung, oder? Genau, das ist fast eine normale Marktbewegung. Das sehen wir ja hier auf Tagesbasis. Solch ein Gap, das haben wir auch häufig mal, gerade im letzten Jahr während eines Tages, ganz normal als Kursbewegung hingelegt. Von daher, ja, es ist jetzt nicht außergewöhnlich, dass der Markt solch eine Bewegung auch auf Tagesbasis hinlegt. Und gerade wenn dann natürlich News veröffentlicht werden, sieht man auch mal so ein Gap. Meistens kommen solche News dann auch während der Woche. Es war jetzt eher ungewöhnlich, dass die OPEC das auch hier an einem Sonntag in der Form auch verkündet hat. Ich glaube, die USA wird darauf auch vielleicht ein bisschen verschwitzt reagieren, weil das ja am Ende auch Auswirkungen auf den Euro-US-Dollar hat, der zum Wochenstart sich auch ziemlich stark bewegte. Genau, natürlich sind die Ölpreise ja auch eng an den Dollar gekoppelt. Und da sieht man hier auf jeden Fall, wir sind weiterhin auf diesem Niveau, wo wir schon die letzten Wochen mehrmals auch herangelaufen sind, diese Marke zwischen ca. 1,09 und 1,10 dann auf der Oberseite. Heute waren wir schon mal zwischenzeitlich etwas tiefer im Bereich von 1,08 hier im Future, haben uns wieder erholt über die letzten Stunden hier und sind jetzt fast wieder auf dem Freitagsschlussgroßniveau hier auch angekommen. Ich denke, sollte sich der Euro hier auch halten können oberhalb von 1,09 hier im Future, könnte ich mir auch den nächsten Aufwärtsimpuls vorstellen, dass wir die 1,10 und dann auch die Jahreshochs, die wir hier Anfang Februar markiert haben, nochmal testen. Wir haben es in den letzten Wochen schon gesehen, der Euro zeigt doch hier eine deutliche Stärke auch im Vergleich zum Dollar. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sich dieses Phänomen auch noch weiter fortsetzen könnte in naher Zukunft. Und da auch ein bisschen Sicherheit, wenn wir noch den Goldpreis hier mit reinnehmen in das Edelmetall, oder ist das dann auch über den Umweg von einem schwächeren Dollar dann eher schlecht für den Goldpreis oder stärker oder wie auch immer? Ja, es ist schwer zu sagen. Der Goldpreis scheint sich aber hier sehr gut erhalten zu kennen, auch im Bereich von 2.000 Dollar beziehungsweise knapp darunter. Er hat konsolidiert in den letzten beiden Wochen, aber ohne auch größere Rücksetzer hier hinzulegen. Von daher, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass hier diese Marke auch nochmal angegriffen wird in den nächsten Tagen oder Wochen und dann auch vielleicht deutlich überschritten wird. Und das Jahreshoch, das wir im letzten Jahr hier ausgebildet haben, im März des letzten Jahres zu Beginn des Ukraine-Krieges, sehe ich durchaus hier auch in Reichweite mittelfristig, dass das erzielt werden kann. Also die Stärke im Goldpreis hier vielleicht auch als sicherer Hafen, die ist weiterhin da. Und nach einer Konsolidierung könnte sich dieser Trend hier durchaus auch fortsetzen. Ja, dann lass uns gerne mal auf einzelne Aktien schauen, die am Markt ebenfalls für starke Bewegungen sorgten. Da hast du uns wieder die Tops und Flops mitgebracht. Genau, es war eine sehr, sehr starke Woche. Das haben wir schon angesprochen. Von daher im Dow Jones zum Beispiel 29 Einzelwerte im Plus, nur eine im Minus. Von daher haben wir hier nun einen ganz kleinen Gewinner mitgebracht, die United Health Group mit leichten Abschlägen. Und viele, viele Gewinner. Eine Walt Disney mehr als 6 Prozent im Plus, zum Beispiel eine Boeing mehr als 7 Prozent im Plus. Und der Gewinner der letzten Woche im Dow Jones war die Intel mit mehr als 11 Prozent zugewinnen. Und da sieht man wieder viel Grün hier auch in der Kursliste, in der Übersicht. Auch die Bankenwerte haben sich erholt. Eine JP Morgan mehr als 4 Prozent im Plus. Eine Goldman Sachs ebenfalls knappe 5 Prozent im Plus. Und viele weitere Gewinner hier zu nennen. Im Nasdaq sehen wir dann auch ein ähnliches Bild. 95 der 100 Einzelwerte hier im Plus letztendlich gewesen. Nur 5 im Minus auf der Minusseite zu nennen. Der Verlierer der letzten Woche war die Alphabet mit minus 1,9 Prozentpunkten. Eine Loose Group hat wieder abgegeben, knapp 2 Prozentpunkte. Und die Micron, nachdem sie zwischenzeitlich mal sehr, sehr gut performt hatte, auch nach den Quartalszahlen, insbesondere dem Ausblick, hat sie die Woche dann letztendlich doch leicht im Minus beendet. Und dann, wie gesagt, es gab sehr, sehr viele Gewinner. 95 an der Zahl. Und hier mal die größten aufgelistet. Die Atlassian Corporation, die Rivian, die hatte auch einiges an Rückschlagspotenzial gehabt. Und hat sich da im bestehenden Abwärtstrend auch erholt. 13,7 Prozent zugewinnen. Und der Gewinner der letzten Woche im Nasdaq war die Lululemon mit 16,2 Prozent zugewinnen. Also da wird auch wieder geshoppt in den USA, wenn die Laune sich anhebt. Der 4-In-Creed-Index ist im neutralen Bereich. Dann sind auch Konsumwerte wieder gefragt. Lass uns gerne damit beginnen mit der Lululemon. Denn die hat von ihren Quartalszahlen her sehr überzeugt. Und scheint jetzt auch einen Boden so ein bisschen ausgebildet zu haben, von dem aus man jetzt auch nach oben blicken kann. Und vielleicht sogar ein neues Jahreshoch. Oder das von Ende letzten Jahres in Angriff nimmt. Genau, die hat sich jetzt nach diesen Zahlen sehr, sehr gut hier gehalten. Und konnte das Gap jetzt auch letztendlich hier halten. Und hat nur wirklich marginal davon abgegeben. Hier sind wir ja auch quasi mitten in diesem Gap-Bereich aus dem Sommer des letzten Jahres. Hier auch aus dem Dezember des letzten Jahres angekommen. Und ja, jetzt muss man mal schauen, ob das auf der Oberseite auch noch komplett geschlossen werden kann. Und dann könnten wir auch dieses Dezember-Hoch hier durchaus anvisieren als Ziel auf der Oberseite. Ansonsten sollte hier etwas Schwäche reinkommen in den nächsten Tagen oder Wochen, kann es natürlich sein, dass der Rücksetzer hier auch etwas tiefer ausfallen könnte. Die gleitenden Durchschnitte beginnen jetzt erst alle so langsam nach oben zu drehen. Die sind noch relativ neutral, so würde ich es zumindest werten. Von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn wir den Rücksetzer sehen und dann die gleitenden Durchschnitte so langsam mitziehen, dass dann auch erst der erste Rücksetzer durchaus hier auch eine mögliche attraktive Kaufgelegenheit bietet. Ja, und das ist ja ein Hersteller, der im Grunde genommen aus der Yoga-Kleitung heraus stammt. Und der hat tatsächlich innerhalb der Corona-Zeit schon stark performt. Da gab es auch die Allzeithochs, wenn man das ein bisschen zusammenschiebt, sieht man es sehr, sehr gut. Ja, und man dachte nach der Corona-Zeit, was soll da noch groß kommen? Aber Lululemon hat eben stark überzeugt, nicht nur die Analystenerwartung übertroffen, ich bringe die Zahlen hier mal mit rein, man hat 8,11 Milliarden Umsatz gebracht. Und das ist gegenüber demselben Quartal des Vorjahres, was ja noch stärker durch Corona geprägt ist, ein Umsatzanstieg von sage und schreibe 29,6 Prozent. Ja, das ist sehr, sehr stark. Man sieht auch im letzten Jahr, konnte die Aktie sich hier sehr, sehr gut halten, während einige andere Werte natürlich viel deutlicher abgegeben haben hier im Jahr 2022. Und diese Marke von ca. 280 Dollar, die konnte man immer wieder sehr, sehr gut verteidigen. Und da gab es dann auch wieder schöne Aufwärtsimpulse. Man war nur kurzzeitig mal unterhalb dieser Marke. Und ja, auch zuletzt fiel der Rücksetzer nicht so groß aus wie in anderen Werten. Und jetzt durch diese News, durch diese Quartalszahlen, konnte man jetzt wirklich hier auf der Oberseite einiges gut machen und nimmt dann vielleicht auch hier diese herausgestellten Hochs des letzten, Ende des letzten Jahres und dann vielleicht auch die Vorjahreshochs ins Visier. Ja, man spricht dann auch bei so einer Aktie von relativer Stärke, wenn sie sich gut hält und quasi nach oben auch ordentlich was präsentieren kann oder als Reaktion auf die Zahlen das auch umsetzt. Das hatte eine Signalwirkung auch für andere Marken. Die Adidas war die stärkste Marke im DAX zum Beispiel, aber vielleicht auch für den Nike, die ja im selben Segment ist. Vielleicht können wir uns die als nächstes anschauen. Der Marktführer. Ja, gerne. Genau, die hat ja auch schon eine sehr, sehr schöne Aufwärtsbewegung hingelegt seit den Tiefs, die sie Anfang Oktober des letzten Jahres hier ausgebildet hat. Schönen Aufwärtsimpuls, die Korrektur. Und ja, jetzt konnte man sich hier auch sehr schön halten im Bereich von ca. 115 bis 117, 118 Dollar. Und seitdem über die letzten Tage hier auch wieder ein Aufwärtsimpuls. Und ich denke spätestens, wenn wir jetzt auch den 50-Tage-Durchschnitt hier auch zurückerobern, das ist am Freitag knapp gelungen hier auf Tageskursbasis, könnte hier vielleicht auch nochmal eine etwas dynamischere Aufwärtsbewegung folgen und dann vielleicht auch die Jahreshochs hier ins Visier genommen werden. Man sieht auf jeden Fall hier einen schönen Aufwärtstrend, einen mittelfristigen Aufwärtstrend. Jetzt der Rücksetzer zu den gleitenden Durchschnitten, knapp über den 100-Tage-Durchschnitt hier ausgefallen. Und ja, vielleicht startet hier auch bald der nächste dynamische Aufwärtsimpuls. Ja, und damit haben wir erstmal den stärksten Wert hier mit ins Blickfeld gerückt. Lass uns zu einem der wenigen Schwachen kommen, Micron Technology. Und da war man ja tatsächlich hin und her gerissen, was die Reaktion auf die Quartalszahlen anging. Denn auf der einen Seite, wir haben das auch auf dem FreeStocks-Kanal als Sonderformat noch einmal mit reflektiert, war es der stärkste Quartalsverlust in der Firmengeschichte. 2,3 Milliarden Minus, im Vorquartal waren es noch 2,3 Milliarden Plus. Und trotzdem ist die Aktie nicht komplett abgeschmiert, sondern hat sich gut gehalten, weil eben der Ausblick wiederum besser als erwartet war. Genau, ganz genau. Also man sieht, zunächst ist die Aktie angesprungen und hat dann noch mal etwas abgegeben, hier auch am Donnerstag und am Freitag. Von daher ist sie jetzt auch in einem potenziellen Widerstandsbereich angekommen. Wenn man hier etwas rauszoomt, sieht man diese Marke von ca. 64 bis 65 Dollar. Die war in der Vergangenheit sehr, sehr wichtig. Ein wichtiges Kursniveau und da ist man jetzt auch abgeprallt. Von daher muss man mal schauen, wann man vielleicht diese lange, große Seitwärtsrange hier auch nach oben verlassen kann. Aktuell ist es noch nicht in einem Impuls gelungen, aber hier kann ich mir durchaus vorstellen, dass der nächste Angriff da in naher Zukunft gestartet wird. Die Chipwerte waren insgesamt natürlich sehr, sehr stark hier auch im ersten Quartal und nach einer Nvidia und einer AMD kann es durchaus sein, dass eine Micron hier auch mittelfristig noch mal deutlich höhere Kursziele auch ins Visier nimmt. Ja, man fragt sich, warum es Freitag dann noch mal zurückkam. Auch dazu gibt es eine Meldung tatsächlich. Da hatte sich China gemeldet und ich habe es jetzt nur in Englisch vorliegen. Da geht es um Cyber Security und deswegen ist die Micron auch noch mal unter Druck geraten und hat letzten Endes am Freitag einen Minus gezeigt und damit auf Wochensicht auch ins Minus gerutscht. Also man möchte hier vielleicht weniger Produkte importieren von diesen Memorychips, weil man Angst hat. Und das ist im Grunde genommen, denke ich mal, nur die Revue-Kutsche zu den Meldungen, die es immer aus den USA gibt, wo man Angst vor China-Sachen wie TikTok hat. Ja, und darunter leidet dann Micron Technology. Ganz genau. Von daher, ja, ein kleiner Rücksetzer am Freitag und da muss man schauen, wann hier vielleicht wieder Kaufinteresse raufkommt. Ja, bin gespannt. Andere Chip-Werte sind dem davon geeilt, wenn wir uns nochmal die Nvidia uns anschauen, die ja auch in der Vorwoche schon sehr stark war. So ist sie kaum zu bremsen und tut sich so langsam über die letzten Widerstandslinien nach oben schieben. Genau, die ist kaum zu bremsen. Wir haben dieses potenzielle Widerstandsniveau schon das eine oder andere Mal angesprochen. Das war auch diese Marke von ca. 275 Dollar, die hier auch schon mehrmals wichtig war in der Vergangenheit. Da hat man einen kleinen Rücksetzer gesehen in der vorletzten und in der letzten Woche, wo die Aktie leicht abgeprallt ist, aber letztendlich hier am Donnerstag und am Freitag ganz klar hier auch die Stärke zu sehen gewesen und man hat dieses Niveau dann auch brechen können und hat oberhalb von 277 Dollar dann auch die Woche beendet. Von daher, Stärke scheint weiterhin ganz klar vorhanden zu sein. In der Nvidia, jetzt könnte man vielleicht hier noch dieses Hoch aus dem März des letzten Jahres als nächstes kleines Ziel anvisieren bei knapp 289 Dollar. Und ja, darüber ist der Weg schon fast wieder frei, auch Richtung Allzeithochs. Wir haben schon über die hohe Bewertung der Nvidia auch gesprochen. Von daher, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir hier mittelfristig auch nochmal einen Rücksetzer sehen. Man sieht, man ist den gleitenden Durchschnitt auch sehr, sehr weit vorausgeeilt. Von daher aber ein möglicher Rücksetzer in diesem Bereich, der gleitenden Durchschnitt, die wir natürlich jeden Tag weiter hochziehen, wäre dann vielleicht nochmal eine attraktive Kaufgelegenheit. So weit ist es aktuell nicht. Von daher, wer investiert ist, kann nur schauen, auf welchen Niveaus er dann jetzt vielleicht Teilgewinne mitnimmt und dann vielleicht bei einem Rücksetzer nochmal aufstocken könnte. Ja, und da wir vorhin über den Ölpreis gesprochen haben, den vielleicht auch einige aufgestockt haben, müssen wir heute unbedingt uns die Chefron anschauen, vorbörslich. Da gibt es nämlich auch schon Auswirkungen dieser Nachrichten. Ein höherer Ölpreis ist nicht nur für die OPEC-Staaten gut, sondern auch für die Unternehmen, die im Grunde genommen mit der Förderung ihr Geld verdienen, weil sie am Endmarkt quasi mehr Geld pro Bärre bekommen. Ganz genau. Ich muss mal schauen, ob ich schon die vorbörslichen Daten hier reinbekomme. Auf jeden Fall, die Aktie, die ist ja weiterhin auch in dem schönen Trend hier drin. Wenn wir uns nochmal das große Bild hier anschauen, da sieht man das sehr, sehr schön. Sehr, sehr stark in den letzten beiden Jahren gewesen. Dann hier übergegangen in eine Konsolidierungsrange, aber wir haben es schon in den letzten zwei, drei Wochen gesehen. Die Aktie hat sich stabilisiert hier im Bereich von 150 Dollar. Seitdem kam der Aufwärtsimpuls hier bis in den Bereich des 50- und 200-Tage-Durchschnitts. Die liegen beide hier im Bereich von 163 bis 165 Dollar. Und ja, jetzt muss man schauen, wie die Aktie hier reagiert. Ich sehe den vorbörslichen Kurs. Die Vorbörse hat ja jetzt erst vorhin eröffnet in den USA. Die dürfte auf jeden Fall hier auch deutlich anspringen. Ich habe einen hier von Market Watch quasi. Und da sind wir bloß 3,5 Prozent auf 169 US-Dollar. Genau, 190. Dann wäre man hier in diesem Bereich von circa zwischen dem 50- und 100-Tage-Durchschnitt. Und damit würde sich dieser Aufwärtsimpuls der letzten Wochen hier weiter fortsetzen. Da muss man schauen, vielleicht gibt es ja dann nochmal einen Rücksetzer bis in den Bereich von 164 bis 165 Dollar. Das wäre dann durchaus, denke ich, eine Kaufgelegenheit, wenn wir diese vormaligen Widerstände dann von oben testen könnten. Gerade hier sieht man auch, wenn man das mal einzeichnet, der Widerstand. Zunächst die Unterstützung hier aus dem Dezember. Zwischenzeitlich als Widerstand fungiert diese Marke. Und wenn wir sie jetzt von oben testen, vielleicht nach dem Aufwärtscap, das wir sehen werden, dann wäre das vielleicht ein potenzielles Niveau, um sich dann auf der Long-Seite zu positionieren. Ja, und einen Wert würde ich auch noch gerne mit reinnehmen, der mit News am Wochenende quasi wieder für Volatilität zurück. Die Tesla. Die Tesla hat am Freitag nochmal stark, davor bloß 6,24 Prozent nach oben. Sieht charttechnisch richtig gut aus und bekommt nachbörslich, beziehungsweise aus heutiger Sicht vorbörslichen Dämpfer. Aber schauen wir uns erstmal das Chartbild an. Genau, hier sieht man gerade nach dem Rücksetzer, den wir ja Mitte März gesehen haben, in diesem Unterstützungsbereich von 150-Tage-Durchschnitt und auch diese grüne Zone, das waren sehr, sehr wichtige Widerstände aus der Vergangenheit, wenn man etwas weiter rauszoomt. Diesen Bereich hat man getestet bei ca. 170 Dollar und seitdem eine schöne Aufwärtsbewegung hingelegt, wieder über die 200-Dollar-Marke. Hier sieht man noch diese blauen Linien, die ich eingezeichnet habe, da sind wir am Freitag ziemlich genau reingelaufen. Das war eine wichtige Unterstützung und dann auch ein Widerstandsbereich hier aus der Vergangenheit. Jetzt muss man schauen, ob hier nochmal Druck reinkommt. Knapp hier drüber liegt auch der 200-Tage-Durchschnitt bei 215 Dollar. Also da haben wir jetzt noch kleine Ziele auf der Oberseite und da muss man schauen, ob diese auch so schnell zurückerobert werden. Ich meine, darüber wäre dann auch wieder sehr, sehr viel Potenzial vorhanden. Also wir haben noch kleine Hürden zu überwinden, bevor es dann vielleicht zu einer noch dynamischeren Bewegung kommen könnte. Da kommt tatsächlich Druck rein. Ich hatte es schon angedeutet, denn am Wochenende wurde gemeldet, die Zahlen für das erste Quartal. Ein Auslieferungsrekord, das hatten wir in den letzten Quartalen auch immer, ich muss das hier ablesen, hat aber trotzdem die Erwartung der Analysten verfehlt, der Auslieferungsrekord. Nach eigenen Angaben wurden im Berichtszeitraum 422.875 Autos an die Kunden ausgeliefert und die Experten hatten mit 430.000 gerechnet. Also eine Nuance tiefer und vorbürstlich ist der Aktienkurs jetzt bei 203 Dollar taxiert, minus 2%. Genau, also dieser potenzielle Widerstandsbereich scheint jetzt zum Tragen zu kommen und da muss man mal schauen, wie weit da der Rücksetzer geht. Wir sind ja weiterhin in dieser Seitwärtsrange, auch könnte man sagen, zwischen ca. 170 und 205, 207 Dollar. Und dann kann es durchaus sein, dass wir uns auch noch etwas länger in dieser Range bewegen, bevor wir dann in die eine oder andere Richtung ausbrechen. Genau, also das ist immer nur eine Indikation quasi auf das, was uns an der Wall Street dann heute erwartet mit den vorbürstlichen Kursen unter geringem Volumen. Sei dazu gesagt, aber man könnte trotzdem diesen Impuls schon mal mitnehmen, um dann quasi zum Wall Street Start nicht nur vorbereitet zu sein, sondern auch zu wissen, in welchen Aktien passiert denn heute überhaupt Bewegung. Fand ich wieder sehr schön dargestellt alles. Vielen Dank, Roland Jägen. Dann wünsche ich eine spannende Handelswoche. Ja, wünsche ich auch allen viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Vielen Dank.